Hallo und herzlich Willkommen zur Meditation Spiegelbild im See. Begib dich auf deinen Meditationsplatz, wo du in Ruhe dich entspannen kannst, entspanne deinen Körper und Geist und bringe dich in den Alpha Zustand. Und jetzt visualisiere vor deinem inneren Auge einen See, die Wasserfläche. Ich sehe von mir diesen See auf der linken Seite des Ufers, das verschwunden und dunkel und in der Ferne spiegelt sich ein bisschen das Licht. Und jetzt schaue ich so auf die Oberfläche, ganz fein sieht man so diese Welle. Aber es ist ganz glatt, ganz klar. Und ich schaue auf die Oberfläche von mir und sehe da mein Spiegelbild. ganz klar im Wasser spiegelt. Und ich sage jetzt zu diesem Bild drei Worte. Ich liebe dich und entspanne mich und lasse dieses auf mich wirken. und ordne es hinein, das Gefühl der Liebe. Spüre in dich hinein, diese Energie in deinem Herzen. Und dann kommst du langsam zurück in dein Alltagsbewusstsein. Gibst du dir noch ein Weilchen? Bist du wieder ganz wach und ganz klar bist? Dann fühlst du dich ganz wohl. In diesem Sinn wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Götting. JJ filming. Töne.